Okay, das heißt wir starten jetzt in der zweiten Runde als Mensch. Ja, das dürfte doch schaffbar sein. Wir sind viel geiler als sie. Und, ja. Und dieser Abschnitt ist ein bisschen schwerer als der erste, ne? Ja, aber dann können wir sie noch mehr fertig machen. Warten die auf mich? Oder nicht? Der eine ist AFK, oder? Der schwarze? Ja. Ich pass nie hier jetzt AFK! Ja, ja, da ist er wieder. Nimm deinen Mediot da los. Immer diese schwarze. Ah, der schießt mich an. Er ist bestimmt der Grüne, oder? Ja, genau, ne? Oh shit! Ach, 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 ach! Gelabt! Gelabt! Er hat mich! Ich hab ihn! Ah, ich hab ihn abgelehnt. Oh, Boomer! Oh Gott, ist der nicht schwer! Also ich bin voll geklautzt. Wo seid ihr denn? Ich kann mich nicht. Oh, sorry. Wir sollten weiter, bevor die alles spawnen. Ja. Wieso geht der eine alleine vor? Der ist doch irre. Er erkennt nicht mal den Weg! Was soll ich? Was soll ich? Hä? Toll! Ich komme! Chris, du musst zurück, Mann! Oh Gott! Was, wo? Da oben! Mann, was machen die das? Alter, muss das ja hier regeln, ne? Warum geht der denn auch alleine, Alter? Ja, Mann! Hört ihr uns? Hm? Du, 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 hier, Ass! Lass mal schnell weiter! Ja! Weniger da rumpümmeln! Mit der Flüchte! Das fies! Zeit verlieren! Das ist echt so! Die Zeit ist gehen! Das ist die Sparte immer! Alle 20 Sekunden! Meine Scheiße! Wie red man überhaupt in-game in diesem Spiel? Scheiße, warum? Lass in den Zug gehen, da ist ein bisschen... Lass doch einfach hier lang! Ja! Nein! Hunter! Ja, sehr gut! Hast du ihn? Ja, ja! Bitte! Oh Gott! Hä, Mann! Das ist das Spiel! Das ist geil! Oh, das waren jetzt 25 Prozent! Smoke! Oh Gott! Ich bin! Oh Gott! Lass schnell weiter! In den Zug! Da sind Pillen drin! Die ist Munition und Waffen! Oh, oh ja! Hinter dir! Okay, weiter geht's! Los, los, los! Guck hier! Hier ist das Loch in der Wand, ne? Das kannst du richtig gut benutzen als Zombie! Nein, Jockey! Hier ist irgendwo ein Splitter! Du bist alleine! Warum?! Wo soll der hier... Der wurde hier von... Ha, dummer Hunter! Bitte! Dummes Splitter! Raus, 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 raus! Oh Gott! Hinter dir! Hinter mir! Hinter uns? Weg hier! Oh Gott, der erste Tag! Wack, wack! Wo? Wo siehst du? Take! Hast du Molly? Weißt du den nicht, oder? Da hinten! Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich kann mich nicht bewegen! Hä? Das war irgendwie so ein Buggy Stein! Ja, den hab ich auch gehört! Komm, den Zug zurück! Äh! Ja, verkehle ich mich! Aber er lässt ab von dir! Ja, und der Smoker lässt sich vom getötet! Lappen! Ja, ansonsten? Äh... Ich hab gar einen Smoker getötet! Echt? Ja, der kam einfach zu mir gehumpelt! Vollidiot! Das können wir überleben! Ja man, die müssen jetzt mal wiederkommen! Oh Scheißhunter! Nein! Nein! Ich kann ihn nicht treffen! Okay, ich mach leicht, das ist auch für den Scheißhunter! Pass auf, der kommt gleich zu dir, ne? Nee! Nice! Der Typ kommt zu dir und meine Leute kommen zurück! Schlimm ist es! Mir geht's nicht so gut! Pass auf, der Hunter lauert da noch am Ende! Guck dir mal zu, ne? Hier vorne ist ein Hunter! Fehlt er dir! Ich muss mich verarsten! Ja, gib mir keine Deckung! Lass ihn gehen einfach weg! Jetzt ist er kaputt bei den Leuten! Nur Vollidiot im Team! Hey, da liegst du! Der war auch kein Diffubläufe! Ja, nimm meine Sachen mit rein! Mann, die sind so blöd! Warum lass die Mächel im Stich? Ja, weil das voll die Assis sind! Sonst an da war doch selber spielen gescheiß! Und ich bin wirklich verpackt an deinem Stein hängen! Ja, ich hatte es auch! Ich konnte mich auch nicht bewegen! Ganz, ganz langsam nur! Ja, ich eben nicht! Boah, da verkacken wir gerade, man! Verdammt! Hier, Munition! Boah, 50 Prozent! Tränen! Wo bin ich denn? Wie schwer! Ja! Ich könnte mich eigentlich irgendwo wiederbeleben! Ja! Aber ich weiß nicht, wo! Boah, mach die Wäste! Das ist natürlich Spaß! Mann, ich bin nicht mal da gewesen! Ich nehm Tabletten! Oh! Was war denn? Das war eine Kecke da ist! Ja! Was ist die Waufe? Die Frau? Boah! Nicht schon weg! Der eine wird Gott gesnackt! Nein, nicht jetzt noch! Ich bin tot. Tötet ihn! Nein, jetzt bin ich tot. Die tun auch gar nichts. Oh Gott. Oh, da ist noch der Jockey. Der rennt weg. Ja, das haben wir verloren. LOL! Mieses Ding, ja. Ja, weil die Kacke sind. Was soll denn? Oh nein! Ah, noch le... Ja, fuck. Hast du das gefressen, oder? Ne, ein Boom hat mich angekotzt. Alle auf deine Leiche. Ich bin tot. Und Splitter auch noch. Ja. Splitter, haut ab. Puh. Das müssen wir gleich auch schaffen. Ich mute den mal, das geht ja so gar nicht. Das ist einfach mal die Fresse halt. Ich muss jetzt eigentlich nur noch ganz weit laufen, damit wir ganz viel Weg schaffen. Honestly, die sind jetzt nicht treffend. Wenn wir dann wieder weiter erledigen. Deine, wir werden doch nicht live-leichter. Sniper! 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 Verrschneid! Ehh! Sniper! Ähh! Ehh! Gerd! Gerd! Warum rennt denn der Sniper herum, Alter? Natürlich sehen die das nicht. Die sind doch... Ist ja vorne schon safe, so? Nein, die müssen natürlich die... Ich bin grad... Ich bin im... Müsste ich nur schon die Kanalisation durch? Oder ist das später? Doch, da unten ist das schon! Ich bringe da aus dem Fenster! Ach doch, Alter! Na ja, springt doch da neben! Da unten ist das, eben oben! Ich will jetzt... Jetzt wird kaltes noch irgendwie. Nimm dann! Rennen! Und wehe, einer von euch schießt aufs Auto! Wo läuft die Frau denn hin, Alter? Würde ich ja theoretisch machen, aber nicht in diesem Modus. Geh da rein! Geh da einfach rein! Oh, Boomer ist so drin! Geh rein, Alter! Oh, die Tür zu! Oh, Gott! Ah, wie... Oh, Gott! Arg! Habe ich nicht gedacht, dass wir es noch geschafft haben. Okay. Aber jetzt kommt die Rückrunde, ne? Ja, jetzt wird's, äh... Krass. Du bist Boomer? Na, ich bin der Boomer! Ich bin Smoker, jawohl! Wo wollen wir spawnen? Oh, ich geh hier hoch, als Smoker. Hier siehst du ja immer diese... Wieso kann ich da nicht mehr hoch? Kann man nicht... Oh... Du, woher kannst du ja glaube ich nicht hoch? Ich bin der poopartig! Neeeeein! Oh Gott, ich hab das Rad verwechselt mit dem Splitter... er hat vielleicht der eine spon gar nicht erst oder so Doch er ist jetzt Arz aber richtig krass verkürzt. Du bist bitter Chris. Ja. Ich will aber einen coolen Ort spawnen. Ja. Spuck ihn voll. Nein. Ich hab die da hinten alle voll gespuckt. Ich bin auf dem einen gestorben. Und ich hab ihn angekotzt. Jawohl Alter, den haben wir gut eingehen. DLK? Was heißt DLK? Weiß ich nicht. Oh, die müsste tot kriegen, Alter. Der eine ist richtig da. Ja. Ich bin extra auf seiner Leiche gestorben. Oh, schnell. Schnell A3. Jetzt hätte ich mir viel Leben. Ich kann ja nicht spawnen. Ich kann auch nicht. Ich muss mich verarsten. Achtung! Okay, das war richtig dumm. Hallo, darf ich da mal rein? Oh, das hab ich verkackt. Aber er hat schon mal ein Medikit weg. Das ist auch gut. Und die Frau hat auch schon ein Medikit weg. Sehr gut. Ich weiß nicht wann ich angreifen soll. Ich brauch nur Unterstützung. Was haben wir denn, Bumo? Kommt ihr bald mal? Ich will hier nicht alleine rein. In die Meute da. Ich bin... Oh. Was? Wir haben den einen. Alter, wieso springt der nicht? Oh, ich hab verkackt jetzt. Warte. Stopp! Stopp! Komm noch nicht. Da ist es so? Gib das jetzt mal ein ähnliches. Na halt, das heißt, ich soll das aber überall gegen, ehl. Ich will übernommen die noch, sehen wir das irgendwo? Oh tak! Aber komm, die haben auch einen Medipack und die haben sie im stark verletzt. Teilweise. Naja, weil das nicht. Fett. Boah. Hallo? Spawn? Danke. Smoker? Ja. Ist geil. Ich hab den einen. Ich hab den einen. Ja, ich geb ihn. Ja. Weiter so. Hilf mir den normale Zombies. Der ist gleich tot, der Schwarze. Er ist gleich tot. Boah, den hab ich... Ja, er ist tot. Ich hab ihn. Ich bin auch Francis drauf. Ich sag Fleder ihn. Gib ihm. Ich sag Fleder ihn. Klick schneller. Er ist nicht tot. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Er ist tot. Lass weg. Deine Deckung. Ja. Sie checkt das nicht. Sie checkt das nicht. Ich hab ihn nicht schneller. Sie schnallt das nicht, dass du da bist. Sie ist so tot. Jawohl. Einer ist tot und einer nicht auf dem Boden. Ja, warte. Ich muss fahren. Liegen die zwei auf dem Boden? Nichts tot, ne? Nein. Los. Leute. Jawohl. Nichts. Ah, der ist tot. Nein. 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 Sauber. Einer steht noch. Der wird so zum Liegen gebracht werden. Ich mach das. Ich hab ihn! Echt jetzt? Ja! Zieht! Jawohl! Was für Poggies! Hilf mir mal jemand! Die haben wir gut Platz gebaut, ey. Puh! Easy. Alter, fertig gemacht haben wir die. Gesamtschaden, Alter! Was hast du denn getan? Ich hab ihn mit dem Behandler getötet. Achso, ja. Ich hab auch zwei getötet. Easy. Boah! Crazy Shit, man!